Zu meiner letzten Frage. Können Sie sich zu den Terroranschlägen in Paris am 13. November äußern? Wie sollte Europa, und damit meine ich sowohl die europäische Bevölkerung als auch europäische Politiker in dieser entscheidenden Phase reagieren? Das kommt darauf an, was Sie erreichen wollen. Wollen Sie noch mehr Terrorismus begünstigen oder wollen Sie dieser Art von Terrorismus ein Ende setzen? Das ist die Wahl. Wenn man ihn beenden will, ist die erste Frage, die man sich stellt, warum haben diese Anschläge stattgefunden? Was waren die unmittelbaren Gründe und was waren die zugrunde liegenden Hauptursachen? Und diese geht man dann an. Was sind die unmittelbaren Gründe? Nun, wir wissen nicht viel. Die so ziemlich einzige Information, die wir haben, ist die Erklärung von ISIS. Nicht nur für diese Tat, sondern auch für die Explosion des russischen Flugzeugs in Sinai, die mehr als 200 Menschen getötet hat. Sie sagen, wenn ihr uns bombardiert, attackieren wir euch. Nun, das ist vermutlich der Grund. Soweit wir wissen, ist das die unmittelbare Ursache. Die langfristigen Ursachen sind die, über die wir bis jetzt gesprochen haben. Woher kommt das alles? Die Invasion des Irak, die Wahhabisierung des sunnitischen Islams, die Brutalität des Assad-Regimes und so weiter. Wenn man die Wahrscheinlichkeit weiterer Attacken reduzieren will, adressiert man diese Ursachen. Wenn man jedoch die Zahl der Attacken erhöhen will, tut man genau das, was Präsident Hollande gerade angekündigt hat, lasst sie uns noch mehr bombardieren. Lasst uns ISIS mit Militärgewalt zerschlagen. Wahrscheinlich ist das unmöglich. Aber selbst wenn es gelänge, würde daraus mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit etwas noch Schlimmeres hervortreten, weil das Problem nicht bei der Wurzel gepackt wurde. Noam Chomsky, Anarchist, politischer Philosoph, Linguist und Politikkommentator, vielen Dank, dass Sie bei uns waren.